Hallo meine Schönen, ich bin's Lamia, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr habt einen wunderschönen Sonntag und bis jetzt ein tolles Wochenende gehabt. Ich hatte ein sehr, sehr schönes Wochenende und heute habe ich für euch ein Video, was ich bisher noch nie gedreht habe und zwar meine Top 7 Foundation Favoriten. Ich habe echt noch nie dieses Video gedreht, wegen was auch immer. Ich bin schon so lange auf YouTube, aber habe das Video noch nie gedreht. Deswegen dachte ich mir, okay, jetzt zur Winterzeit, da ändert sich auch so meine Foundation Auswahl und ich dachte mir, vielleicht kann das ein ganz guter Guide für euch sein. Vor allem, wenn man so eine Haut hat wie ich. Ich bin so eher so die trockenere Haut. Im Sommer ist meine Haut aber ein bisschen anders. Die ist da etwas fettiger in der T-Zone, jetzt zwar auch, aber im Winter merke ich einfach so einen gewaltigen Unterschied. Da wird meine Haut einfach so schnell trocken und dann bekomme ich diese Flecken, wenn ich nicht die richtige Foundation auftrage. Deswegen dachte ich mir, okay, heute stelle ich euch die Foundations vor, die man aber auch wirklich über das ganze Jahr tragen kann. Aber das sind Foundations, die ich auch eher, also wirklich überwiegend im Winter trage, weil im Sommer bin ich echt auf der leichteren Foundation Seite. Also ich trage da jetzt auch nicht so viel, wegen der Hitze und so weiter. Deswegen, ja. Ich zeige euch jetzt mal meine 7 Favoriten. Ich habe jetzt hier 2 aus der Drogerie. Wenn man das andere aus dem amerikanischen Drugstore mit reinnimmt, dann habe ich 3 Drogerie-Produkte. Aber genug von dem. Ich komme jetzt zu meinen Top 7 Foundations. Zuallererst habe ich hier einmal die MAC Face & Body Foundation. Diese Foundation, Leute, ist die Foundation, die ich eigentlich immer im Sommer trage oder wenn meine Haut extrem trocken ist und ich keine Foundation tragen kann, weil sie einfach katastrophal aussieht, ist das meine Go-To-Foundation. Das ist eine Foundation auf Wasserbasis und vor allem für sehr trockene Hauttypen kann ich sie euch wirklich empfehlen. Wie man hören kann, ist die im Vergleich zu vielen anderen Foundations, wie zum Beispiel zu der hier, da passiert nichts, sehr, sehr flüssig. Und das Schöne an dieser Foundation ist, wenn man sie verblendet, dann bekommt sie eine ganz andere Textur. Sie wird immer cremiger und lässt sich viel, viel, viel besser verteilen. Also ich trage das jetzt mal hier auf meinem Handrücken auf und zeige euch mal, wie das vorher und nachher aussieht im Vergleich zu meiner anderen Hand. Auf dieser Seite, wie ihr sehen könnt, ist die Haut makellos, ein ebenmäßiger Tint, also richtig, richtig schön. Und im Vergleich, wie ihr sehen könnt, die ist nicht super deckend, aber die Adern und die Haut sieht einfach auf dieser Seite viel makelloser aus und viel schöner und glowiger. Glowiger, wenn das Wort überhaupt existiert. Da ist auf jeden Fall mehr Glow und es hat diesen Healthy-Effekt. Meine nächste Foundation ist eine Foundation, die ich seit gut drei Monaten verwende und mich so verliebt habe in diese Foundation. Und vorher habe ich eigentlich gar nicht so Full Coverage getragen. Ich habe das jetzt einfach mal für Shootings und für Bilder verwendet und muss sagen, ich sehe einfach einen Riesenunterschied. Und zwar ist es die Milani Conceal Imperfect Two-in-One Foundation plus Concealer. Das ist meine Go-To Full Coverage Foundation geworden. Ich habe eine trockenere Haut und meine Haut sieht super glowy und trotzdem noch gesund aus, wie ihr sehen könnt. Also ich trage die Foundation jetzt auch schon seit vier Stunden und es hat sich nichts verwischt, nichts bewegt. Und das Schöne ist bei dieser Foundation, die ist zwar dicker von der Konsistenz her, aber sie fühlt sich sehr leicht auf der Haut an. Ist auch eine Longwear Foundation, das heißt, die ist auch langanhaltend. Und das Gute ist, die ist wasserfest. Also wenn da mal der ein oder andere Regentropfen auf euer Gesicht fällt, passiert da jetzt nichts. Das ist so eine Medium to Full Coverage Foundation und man kann die auf jeden Fall aufbauen. Und meine absolute Empfehlung, wenn nicht sogar mein Lieblingsprodukt oder meine Lieblingsfoundation. Ich bestelle mir die Foundation immer auf Beauty Bay und die Lieferung ist super schnell. In Amerika ist ja Milani eine Drogeriemarke, deswegen zähle ich das jetzt mal zu den Drogerieprodukten. Die ist auch gar nicht so teuer, muss ich sagen, im Vergleich zu anderen Foundations. Und dafür, dass es eine Drogerie-Foundation ist, ist die halt echt, echt gut. Die nächste Foundation, die ich jetzt zeigen werde, ist eine Foundation, die ich viermal jetzt verwendet habe und sagen muss, dass ich so begeistert bin, weil die so eine Full Coverage Foundation ist. Oh mein Gott. Das war, rede ich von der Jouer Essential High Coverage Cream Foundation. Die ist matt und ölfrei und beinhaltet Hyaluronsäure, was sehr gut ist, um die Haut frischer aussehen zu lassen. Was ich aber gerne mache, ist diese Foundation mit meinem Becca Illuminating Primer zu vermischen, weil dadurch bekommt sie so einen leichten Glow. Ich mag es ja jetzt nicht so matt, deswegen mag ich doch diesen leichten Tupfer von Glow und mache das rein. Ist auch ein bisschen flüssiger und wirkt dann einfach viel frischer. Die ist von der Konsistenz her, fühlt sie sich genauso an wie die Milani. Das Schöne ist, sie ist sehr leicht. Also vom Gefühl her, muss ich sagen, ist sie noch leichter als die Milani Foundation. Deswegen hat man auch gar nicht das Gefühl, so zugeklatscht zu sein. Und davon habe ich auch vorhin gesprochen. Also alle Foundations, die ich euch zeige, die auch Full Coverage sind. Oh, ich hab so Sprachfeder. Wir können ja auch nochmal einen Test machen. Ich habe ja hier ein Tattoo. Jetzt gucken wir mal, ob die so deckend ist, dass sie auch ein Tattoo abdecken könnte. Ich habe jetzt echt ganz wenig drauf gemacht. Okay. Seht ihr das? Hier ist... Oh mein Gott. Seht ihr das? Da ist mein Tattoo. Sieht man mein Tattoo noch? Nein, man sieht es nicht mehr. Man kann so ein bisschen erahnen, was da ein Tattoo drunter ist, aber man sieht nichts mehr. Deswegen, wenn ihr so Äderchen habt, die ihr abdecken möchtet, tolle Foundation. Die nächste Foundation, die ich wirklich schon seit Jahren so extrem feiere, ist die Fit Me Foundation von Maybelline. Das ist aber auch ehrlich gesagt die einzige Foundation aus der Drogerie, zu der ich immer wieder zurückgreife. Problem ist nicht, dass die anderen Foundations schlecht sind, sondern Farben, die Farbauswahl. Bei mir ist es einfach so ein Problem. Ich finde keine Foundations, die diesen relieffarbenen Unterton haben in der Drogerie. Und die 225 ist die einzige, also 220 und 225, die einzigen Foundations aus der Drogerie in Deutschland, die ich tragen kann und die auch zu meinem Hautton passen. Es ist einfach immer das Problem, bei allen anderen Marken auch, dass, sei es Essence, Catrice oder, keine Ahnung, P2, alle günstigen Foundations passen einfach nicht zu meinem Hautton. Es liegt nicht daran, dass ich die Foundations schlecht finde, sondern es liegt einfach an der Farbe. Ich kann euch keine Foundation zeigen und sagen, die ist gut, wenn die Farbe einfach nicht sitzt. Und das ist für mich einfach ein Riesenfaktor. Ein Color Match. Das ist die einzige in der Drogerie. Alle anderen haben immer so einen Lachston oder so einen Ticken zu pink. Also man sieht einfach dann immer so, okay, die Foundation von der Farbe passt einfach nicht zu mir. Deswegen, ja. Was ich an der Farbe so gut finde, ist einfach die Textur, Farbe, Gefühl. Ich muss sagen, sie ist jetzt nicht so lange tragbar und hält nicht so lange auf der Haut. Also über den Tag muss man schon wieder ein bisschen korrigieren. Aber für den Preis finde ich das total okay. Und deswegen greife ich auch immer auf die Fit Me Foundation. Und gerade weil das auch die einzige Foundation ist aus der Drogerie, die ich so gut finde, drehe ich meistens meine Drogerie-Make-Up-Looks auch immer mit dieser Foundation. Und ihr könnt gerne bei der Umfrage mitmachen, welche Foundation euer Liebling ist. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Die nächste Foundation, die ich euch zeige, ist die teure Version von dieser Foundation. Weil diese Foundation ist ein Dupe von der Foundation, die ich euch jetzt zeige. Und zwar ist es die Luminous Cirque Foundation von Armani. Diese Foundation ist wirklich erste Klasse. Vom Gefühl her auf der Haut, vom Finish, Textur. Ich liebe sie. Ich habe sie jahrelang nachgekauft. Aber das ist auch eine sehr, sehr teure Foundation. Und wenn man einen Dupe dazu hat und die super günstig ist, dann wieso sollte man da nicht eher die aufstocken? Ich gönne mir ab und an natürlich auch die Giorgio Armani Luminous Cirque Foundation. Wie ihr sehen könnt, habe ich sie mir ganz frisch wieder nachgekauft. Deswegen ist es ein ganz, ganz guter Tipp für diejenigen, die sagen, so ich möchte gar nicht so viel Geld ausgeben von der Foundation. Kriegt ihr mit der Fit Me Foundation eigentlich dasselbe Finish wie die Luminous Cirque Foundation? Ich muss sagen, der einzige Unterschied natürlich ist der Preis. Klar, die ist super teuer im Vergleich zu der Fit Me Foundation. Ich weiß gar nicht. Dreifacher Preis? Vierfacher Preis? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel die gekostet hat. Und das andere ist halt noch die, ja, wie lange sie tragbar ist eben auf der Haut. Ich finde bei der Fit Me Foundation merkt man schon nach ein paar Stunden, ja, verschmiert es da und da hat man schon ein paar Fleckchen. Wohingegen bei der jetzt das nicht der Fall ist. Aber ganz ehrlich, wenn man das korrigieren kann, spart ihr euch echt viel Geld damit. Und als kleiner Tipp am Rande, Dupe-Alarm für diejenigen, die auf Dupe stehen. Die nächste Foundation ist eine Foundation, die ich in meinem Alltag öfters getragen habe als in meinen Videos. Und zwar geht es um die Naked Skin One & Done Hybrid Complexion Perfector Foundation von Urban Decay. Das ist aber auch die einzige Foundation von all den Foundations, die ich euch gezeigt habe, die Lichtschutzfaktor beinhaltet. Ich bin ein Riesenfan davon, eine Foundation zu haben, die keinen Lichtschutzfaktor beinhaltet. Weil wenn ich Lichtschutzfaktor, oh Gott, das Wort, Lichtschutzfaktor brauche, dann trage ich das mit einer Creme auf oder mit einem Primer. Und die Foundation soll einfach nur decken oder meinen Tan ebenmäßiger machen. Die Foundation ist so eine Foundation an diesen ultimativen Lazy Days von mir. Das sind meine Lazy Day Foundations. Weil die einfach so leicht sind. Ich trage die auch nur mit den Fingern auf. Das ist wie eine Hautcreme, wirklich. Also wenn ich sie auftrage, das ist erstens so wie eine Hautcreme. Das ist jetzt viel zu dunkel. Und die sorgt einfach nur dafür, dass die Haut ebenmäßig ist, dass der Tan einfach ausgeglichen wird. Bei der hat man jetzt auch nicht wirklich eine krasse Deckkraft, sondern es geht einfach eher um eure Haut, dass die Haut einfach ebenmäßig aussieht. Und das ist so eine Lazy Day Foundation, die ich einfach super finde. Und ja, top. Die letzte Foundation, bei der war es echt am Anfang schwer. Ich hatte sie ja in einem meiner Tutorials aufgetragen. Und zwar ist das die NYX Total Control Drop Foundation. Ich war anfangs nicht so sicher, wie ich die finde. Also ich musste erst mal die Foundation echt länger testen, um ein Gefühl für sie zu bekommen. Gerade bei so trockener Haut will man einfach das Gefühl der Reichhaltigkeit auf der Haut haben. Man möchte nicht das Gefühl haben, es wird so trocken. Also dieses Gefühl kann ich einfach gar nicht leiden. Bei der Foundation war es am Anfang so, dass ich sie ohne Primer aufgetragen habe. Und das sah einfach auf meiner Haut katastrophal aus. Also auf meiner Haut, das sah einfach scheiße aus. Und eine Foundation soll nicht scheiße aussehen. Deswegen habe ich es nochmal ausprobiert. Und habe da drunter die Fenty Beauty, den Fenty Beauty Primer aufgetragen. Und als ich dann die Foundation aufgetragen habe, waren das Welten. Für mich funktioniert diese Foundation nur mit Primer. Ohne Primer sieht meine Haut ganz schlimm aus. Die ist einfach von der Konsistenz her einfach super, finde ich. Es ist sehr flüssig. Es ist wie ein Serum. Die ist auch schon runter. Aber mit Primer hat die einfach ein so schönes Finish. Gerade wenn ihr auch eine öligere Haut habt. Die Foundation, also ich persönlich, finde die richtig, richtig schön. Und kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Die Foundations, die ich euch gerade eben vorgestellt habe, sind Foundations, die toll mit trockener Haut funktionieren. Und glaubt mir, ich habe eine Haut, die zu Neurodermitis neigt. Ich habe im Winter ganz schlimme, schuppige Haut. Und wenn es bei mir funktioniert und ich mit meiner empfindlichen Haut, ich reagiere ja schon fast auf alles. Könnt ihr euch sicher sein, dass diese Foundations auch gut für euch funktionieren? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich freue mich schon, bald geht Glitzember los. Also im Dezember gehen meine Glitzember-Videos los. Ich freue mich so, ich bin eigentlich schon jetzt ready, Weihnachts-Videos zu drehen. Aber ich dachte mir so, Lamy, slow down. Es ist auf jeden Fall noch nicht so weit. Müssen wir erstmal kurz noch ein bisschen in November ausklingen lassen. Und dann kommen wir zu meiner Glitzember-Serie. Ich werde mich auch nicht mehr zurückhalten. Hinten wird es auf jeden Fall festlicher sein. Ich werde auf jeden Fall zwischen den Hintergründen wechseln. Weil das ist jetzt so gerade noch so die Übergangsphase. Aber ich freue mich schon, wenn es richtig festlich wird. Ich kann es kaum erwarten, oh Gott. Wenn ihr mehr dieser Videos sehen wollt, wenn ihr andere Top-Favoriten-Videos von mir sehen wollt, wie Concealer oder Highlighter oder Lippenprodukte, dann lasst es mich wissen. Stimmt ab. Und ich freue mich auf all eure Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Dienstag wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, habt euch lieb und wir sehen uns.